Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Renault. Mit dem Benzinmotor und dem manuellen Getriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Dieses Auto ist mit einer Klimaautomatik, einem Regensensor und Servolenkung ausgestattet. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Renault machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren.